Yo Leute, hier ist wieder Tanzeboot, Peace, Alter, ich war heute bei McFit, Alter, hab ein bisschen gepumpt, guckt euch an, Alter, wow, auf jeden Fall hab ich heute wieder so ein paar Sachen eingekauft, die ich euch natürlich nicht vorenthalten will und fangen wir mal mit dem Besten an, Alter, wow, ist immer noch runtergesetzt, gönne ich mir einfach nochmal die Scheiße, Alter, erstmal instant, oh, als zweites hab ich mir heute das geholt, Alter, das musste ich mir einfach gönnen, ich hatte mal wieder richtig Bock auf Old Street Kekse, Digga, die laufen richtig, Alter, erstmal gegönnt, als nächstes, Alter, beste Schnitze, die grümen zwar übertrieben rum und fucken ab, Alter, aber sie schmecken übelst geil mit Senf, Alter, auf jeden Fall, als nächstes Vollkorntoastbrot, weil ich muss gerade auf meine Linie achten, ähm, eigentlich hab ich mir das nur geholt, weil ich dann Nutella drauf mache, ja, was gibt's noch, auf jeden Fall, Eistee, Alter, den besten Eistee gegönnt, Nestee, Alter, bester Eistee, muss man sich geben, dann hab ich mir noch ein Eistee gegönnt, weil ich trinke immer so ein, zwei Eistee am Tag, und das ist der Nestee Waldfruchtgeschmack, Alter, der geht richtig ab, ich dachte immer, das übelst der Schrott, aber gönnt euch diesen Müll, Alter, so, als nächstes hab ich mir zwei Brötchen gegönnt, für die Schnitzel, weil die esse ich immer nur mit Brötchen, die esse ich nicht so, er ist ja eben so, als nächstes, Alter, ich war beim Bäcker gewesen, so ne Hure, hat vor mir alles bestellt, hat irgendwie 15 Minuten gedauert, die Schlampe, Alter, die, ah, ihr wisst schon, gönnt euch einfach, Mann, Fuß, halt fest, danke, gönnt euch, was, da ist ja noch was drin, verarscht mich mal nicht, ein Schnitzel ist da rausgefallen, Ach, scheiße, Oh, fast wie neu, Alter, yo, Alter, wahrscheinlich alles voll Snitches, Alter, erstmal verklagen die Hurensöhne, auf jeden Fall erstmal für 3,50 gegönnt, hier, gesunde Tomaten und alles müsst ihr euch gönnen, Brudis, Alter, und heute hab ich einen Test gewagt, dazu kommt heute auch noch ein Video, und zwar, Digga, ich muss irgendwie kotzen, oder mir kommt so ein Würgelreiz, wenn ich das sehe, ich werde es heute ausprobieren, ihr werdet meine Live-Reaktion heute sehen, und mal gucken, wie dieser scheiße schmeckt, die hier da hyped, okay, danke, dass ihr wieder bei dem Video dabei wart, und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, haut rein, euer Zahn-Verbott,